Eine Bergtour mit ihren Eltern Was möchtest du? Sag's ein. Nach Hause zu Emma. Und der kleinen Schwester Emma, hilfst du zu ihr! wird für Sophie zum Abenteuer ihres Lebens. Hallo? Und ein Besuch aus einer fernen Zeit. Wer bist du? Was? Was machst du hier? Wird zum Beginn einer großen Freundschaft. Vieles ist neu für sie. Und für ihn auch. Bata hat geheimnisvolle Kräfte. Und auch weniger geheimnisvolle. Doch er ist in Gefahr. Weg stein! Bata! 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 Labis Lazuli Im Auge des Bären. Eine Freundschaft, die vor 100.000 Jahren begann. Der Stern ist das Auge des Bären. Untertitelung des ZDF, 2020